So, ich begrüße euch hier zu diesem kleinen Update Video hier direkt nach dem Livestream vom Donnerstag. Wer den ganzen Livestream nicht gesehen hat, hier ist mal ein kleiner Einblick in das, was wir alles am Livestream am Donnerstag gemacht haben. Ich finde für mich persönlich einen riesen Meilenstein, denn Düsseldorf und Dortmund sind noch die großen Hauptbahnhöfe, die auf dieser Map fehlen. Und wir haben endlich mit Düsseldorf nach schon fast über einem Jahr angefangen, endlich mit dem Düsseldorfer. Und ich habe mir den kompletten Düsseldorfer als Asset rausgemoddet und finde, der Aufbau ist mir gut gelungen. Was mir persönlich nie so gut gefällt, sind hier diese Fernverkehrsgleise in südliche Richtung rechts. Die sind normalerweise etwas gekrümmt. Dieser Bahnsteig ist gekrümmt, aber der rechte hier, der ist fast komplett gerade. Das ist natürlich beim Echten nicht so. Ich kann euch hier mal kurz ein Bild einblenden von Google. Wie gesagt, da sieht man, dass der normalerweise viel weiter nach links sich seine Kurve macht. Mal gucken, ob ich das noch umbaue, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. So, das ist dann hier die südliche Ausfahrt. Hier geht es dann später Richtung Neuss nach links weg. Hier unten sind die zwei Durchfahrtsgleise für die S-Bahn, die werden noch gebaut. Hier habe ich Enzoids Mods zum ersten Mal verwendet, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier sehe ich gerade noch, da ist eine Beule drin. Und ich habe mir jetzt im Livestream vorhin nochmal die kompletten Linien angeschaut, welche Linie hält wo in Düsseldorf. Habe mir dann nochmal meinen Spickzettel rausgeschrieben. Und ich denke, dass ich das jetzt mit den Zetteln deutlich einfacher habe, wie alles aus dem Kopf. Hier links sehen wir dann die Ausfahrt Richtung Neuss mit sehr, sehr, sehr vielen Weichen in Wirklichkeit. Sehr viele Doppelkreuzweichen. Die bekomme ich hier im Spiel alle gar nicht hin. Ich muss jetzt das nächste Mal, wenn ich hier diese Map starte, mal kontrollieren, ob mir diese Weichen, die ich hier platziert habe, reichen. Oder ob ich noch weitere Weichen platzieren muss. Dann muss ich aber wahrscheinlich das komplette Vorfeld umbauen. Dann, wie gesagt, hier die zwei Durchfahrtsgleise Richtung Neuss hinten raus. Das ist der Ausfahrtbereich für den südlichen Teil der Fernverkehrsstrecke. Da sind auch wieder sehr viele Weichen mit dabei. Und das geht hier sogar bis zu der nächsten S-Bahn-Haltestelle, wo ich den Namen gerade leider vergessen habe. Die habe ich auch komplett selber mit den Bahnhofassets platziert. Und hier sehen wir schon mal die Hauptstrecke Richtung Köln. Und ich finde so allgemein mit Google oder von der Position her, der Bahnhof, finde ich, ist mir gut gelungen von der Position. Und ja gut, hier mit dem Vorfeld hätte man noch etwas anders machen können. Aber ich muss ja, wie gesagt, auf meine Geschwindigkeiten achten. Deshalb sieht das Ganze nun so aus. Wer sich hier wundert, ja, hier ist wirklich komplett frei zwischen Bahnhofsgebäude und dem Dach. Hier sind noch ein paar Abstellgleise mit dabei. Das ist einfach so nachgebaut von Google. Hier rechts kommt dann ein großes Parkhaus hin. Da muss ich mir dann noch die Mods zusammensuchen. Und hier auf Gleis 20 werden dann später Autozüge fahren, wo dann ab und zu mal halten. Da kommt dann hier eine Autozugstation hin. Und allgemein in dem nächsten Video oder Stream wird dann die Ausfahrt Richtung Norden fertig gebaut. Das wird nochmal eine Riesenaufgabe, denn da sind sehr viele Brücken, sehr viele Überwerfungen. Da muss ich mir dann nochmal einen groben Plan machen, wie ich das Ganze denn mache. Und wenn wir dann sozusagen das hier alles angeschlossen haben, einerseits an die Hauptstrecke Richtung Wuppertal und einmal natürlich auf die Schnellstrecke Richtung Duisburg, haben wir deutlich mehr Möglichkeiten mit den Linien. Ich kann neue Linien gestalten, die von Düsseldorf beginnen. Ich kann sehr viele Fernverkehrslinien einfügen, die dann, wie gesagt, alle hier ab Düsseldorf dann voraussichtlich starten. Ich kann weitere S-Bahn-Linien fertigstellen. Die S6 zum Beispiel, die dann von hier oben von Rattingen-Ost. Das ist übrigens mein Rattingen-Ost hier. Ne, Quatsch, das ist Düsseldorf-Rat. Entschuldigung. Rattingen-Ost ist das hier. Entschuldigung, habe mich gerade vertan. Ich hoffe, dass Maverick den Mod noch vor der Vollendung fertigstellt, weil dann können wir diesen, naja, nicht schicken Bahnhof gegen den wunderbaren Mod von Maverick ersetzen. Hier muss ich dann noch den Anschluss machen für die S6, wo dann hier noch die paar Gütergleise mit dabei sind. Das wird dann aber alles offline passieren und das werdet ihr dann in dem nächsten Video sehen. Was ich die letzten Tage gemacht habe, ich habe komplett Düsseldorf-Flughafen nochmals umgebaut. Ich habe den deutlich tiefer gesetzt auf eine Ebene, wo der Tunnel gerade so entsteht, dass es ein Tunnel ist und dann oben drüber den Flughafen platziert haben. Hier haben wir noch die zwei unterirdischen Bahnhöfe, wo wir dann sozusagen später die Fernverkehrszüge halten aber auch die Regios selbstverständlich. Und ich habe hier die Strecke für die S11 vollendet, die dann hier in den Flughafentunnel endet und hier ebenfalls in einem zweigleisigen Bahnhof. Dann habe ich hier schon angefangen mit der A48 oder A52, die dann hier einfach mitten in Düsseldorf dann aufhört und in eine zweispurige Bundesstraße übergeht. Die habe ich natürlich auch schon gebaut, weil ich hier diese Brücken bauen musste. Die wird dann selbstverständlich weitergeführt. Was wurde noch gemacht? Im Grunde nicht mehr viel. Ich habe noch ein paar kleine Änderungen an den S-Bahnhöfen vorgenommen, also zum Beispiel an den Strecken, wo Doppeltraktionen langfahren. Dort habe ich überall ein bisschen gemogelt und habe halt aus den 160 Meter und 140 Meter Bahnsteigen gemacht. Einfach, damit ich mehr freie Strecke habe zum Fahren. Diese 20 Meter machen dann später doch schon etwas aus. Und ich habe hier Düsseldorf Unterrad gebaut. Da muss ich dann noch schauen, dass ich hier diese Bahnhofsplatten noch vergrößere. Denn das ist in Wirklichkeit auch so ein V-förmiger Bahnsteig, finde ich von der Form her ziemlich cool. Das Ganze hier wurde sehr, sehr, sehr zusammengedrückt. Da ist eigentlich locker mehrere Kilometer dazwischen. Ich muss auch dazu sagen, ich werde hier mindestens zwei S-Bahnstrecken auslassen müssen, einfach weil der Platz mir nicht reicht. Hier wird dann noch ein S-Bahnstopp hinkommen. Aber das war es dann auch. Auf alle anderen muss ich dann leider verzichten. Hier habe ich dann noch die Abstellgleise von Düsseldorf-Dehrendorf. Und ich freue mich auch schon riesig später, Güterzüge auf diesem gesamten Netz hier fahren zu lassen. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, dann durch den Düsseldorfer Hauptbahnhof hier später von dem einen Eck der Karte bis zum anderen hoch. Das wird einfach eine mega lange Mitfahrt. Vor allem, weil die Güter so wahrscheinlich überall halten muss. Das wird sehr, sehr spaßig. Aber wir haben jetzt hier einen riesen Meilenstein mit dem Düsseldorfer Hauptbahnhof geschafft. Und ich hoffe, die ganze Umsetzung gefällt euch. Wie gesagt, der Nordbau, besser gesagt, die nördliche Ausfahrt wird dann im nächsten Stream oder im nächsten Video dann vollzogen. Und ich hoffe, das ganze Projekt gefällt euch weiterhin. Und wenn ihr das nächste Mal den Stream verpasst habt, einfach mal im Forum schauen. Da werde ich das Ganze immer posten. Ansonsten im Discord oder auf Facebook. Da werde ich auch die ganzen Livestreams in nächster Zeit posten. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare, wenn ihr aus Düsseldorf oder aus der Gegend kommt, ob man das Ganze so anschauen kann. Ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dahin. Ciao, ciao.